Hallo und herzlich willkommen bei Watt24, Ihrem Online-Shop für professionelles Licht. Mein Name ist Marco Avella und heute möchte ich Ihnen ein paar Dinge zum Thema Bewegungsmelder und deren Funktionsweisen erzählen. Es gibt ja grundsätzlich zwei verschiedene Arten von Bewegungsmeldern. Und zwar auf der einen Seite Bewegungsmelder mit sogenanntem PIR- oder IR-Sensor. PIR bzw. IR steht dabei für Passivinfrarot oder eben nur Infrarot. Es sind also Bewegungsmelder mit Infrarotsensor. Und dann gibt es auf der anderen Seite sogenannte HF-Bewegungsmelder. Das sind Bewegungsmelder mit HF-Sensoren, also sogenannten Hochfrequenz-Sensoren. Und diese beiden Möglichkeiten wollen wir uns heute mal etwas genauer anschauen. Zunächst zum Infrarotsensor. Als Beispiel habe ich hier den bekannten Steinell-Sensor IS140-2 mitgebracht. Dieser reagierte auf sich ändernde Wärmestrahlung im erfassten Infrarot-Bereich. Wärmestrahlung liegt bekanntermaßen nicht im sichtbaren Bereich des Lichts. Um einmal zu verdeutlichen, wie solch ein IR-Sensor seine Umgebung wahrnimmt, habe ich heute mal eine Infrarot-Kamera mitgebracht. Man kann hier deutlich sehen, dass meine Hand glücklicherweise mehr Wärmestrahlung als der Hintergrund abgibt. Interessant allerdings ist, dass Wärmestrahlung sehr leicht blockiert werden kann. Dafür reicht schon eine Glasscheibe aus. Hier nochmal meine Hand direkt vor der Wärmebildkamera. Und nun schiebe ich eine Scheibe Glas davor. Sie sehen, die Wärmestrahlung wird komplett blockiert. Selbst bei Brillen kann man diesen Effekt bereits beobachten. Und schon habe ich blaue Augen. Das heißt also, ein Infrarot-Sensor kann die Wärmestrahlung nicht durch Glas, Wände oder ähnliches hindurch erfassen. Solch ein Infrarot-Sensor ist in der Regel unter einer Kuppel von Sammellinsen verbaut. Diese sind milchig und für Licht im Infrarot-Bereich durchlässig, reflektieren aber das sichtbare Licht weitestgehend. Der Sensor sieht seine Umgebung dann ungefähr so wie durch gespreizte Finger. Bewegt sich nun ein Objekt mit Oberflächentemperatur höher als der Hintergrund quer durch diese Lichtsektoren. So spürt der Sensor eine zeitliche Abfolge und schaltet daraufhin durch. Auf Sonneneinstrahlung reagiert der Sensor natürlich nicht, sondern nur auf bewegte Objekte. Und am allerbesten auf Objekte, die quer an ihm vorbeigehen. Denn so durchkreuzen sie am allerbesten die von ihm aufgenommenen Sektoren. Der Sensor wird ja auch PIR-Sensor genannt und daher der Name Passiv-Infrarot-Sensor. Das heißt, er sendet nichts aus, sondern er empfängt nur, ist also passiv. Aber Achtung! Bei Fußbodenheizungen ist in der Regel solch ein Infrarot-Sensor nicht zu verwenden. Denn durch die warme Umgebungstemperatur kann dieser Sensor natürlich sehr schwer zwischen bewegtem warmen Objekt und Hintergrund unterscheiden. Abgesehen davon könnte es natürlich auch vorkommen, dass der Sensor durch die warme aufsteigende Luft einfach so ungewollt und versehentlich durchstellt. Klassische Anwendungen aufgrund seiner spezifischen Eigenschaften liegen vor allem im Außenbereich. Er wird von Wänden und so weiter aufgehalten und reagiert nur auf bewegte, warme Objekte, wie beispielsweise Lebewesen. Kommen wir nun zur zweiten Art von Bewegungsmeldern. Hier ist ein HF-Sensor. In diesem Fall der Tridonic Switch-Sensor HF5BP. Er funktioniert mit dem Prinzip der Radarmessung. Der Sensor sendet aktiv hochfrequente Wellen aus. Stehende Objekte reflektieren diese Wellen mit der gleichen Frequenz zurück. Bewegt sich dagegen ein Objekt im Raum auf den Sensor zu oder von ihm weg, dann erhöht bzw. verringert sich die Frequenz des reflektierten Signals. Und diese Veränderung registriert der Sensor als Bewegung und schaltet daraufhin durch. Das bedeutet, Wärme spielt bei dieser Art von Sensoren keine Rolle. Die Erkennung kann auch durch dünne Glas- oder Kunststoffwände erfolgen. Durch diese Sensibilität eignet sich ein HF-Sensor natürlich hauptsächlich für den Innenbereich. Denn draußen würde er ja bei jeder Bewegung jedes Objektes, also auch wenn es nur Laub oder Bäume sein sollten, sofort durchschalten. Im Innenbereich ist seine Unabhängigkeit von Wärmestrahlung allerdings eine große Stärke. Denn bei Anwendungsgebieten wie beispielsweise Toiletten oder Waschräumen würde ein IR-Sensor natürlich nicht durch die Trennwände kommen. Solch ein HF-Sensor allerdings aufgrund seiner Funktionsweise natürlich schon. Auch kann man ihn elegant in einer Leuchte verbergen, ohne seine Funktion einzuschränken. Außerdem könnte man ihn hinter Fließen oder einer dünnen Decke montieren. So wäre er nicht nur optisch nicht mehr zu sehen, sondern auch vor Zugang geschützt. So, abschließend die Hauptunterschiede also nochmals zusammengefasst. Der Passiv-Infrarot-Sensor reagiert nur auf Wärmebewegungen im Erfassungsbereich. Er kann nicht durch Hindernisse hindurch erfassen. Der Hochfrequenz-Sensor reagiert auf jede Art von Bewegung und er kann durch dünne Hindernisse hindurch erfassen. Und sollten Sie nur noch weitere Fragen zu dieser Art von Produkten oder ganz allgemeine Fragen haben, so können Sie sich natürlich gerne jederzeit per Telefon-Chat oder Live-Präsentation an uns wenden. Denn wir von Watt24 lassen Sie nicht im Dunkeln stehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017